Hallo und willkommen zurück bei Beyond Good and Evil. Genau so heißt das Spiel, verdammt. Wir müssen Paige retten. Und wir haben gerade diesen Raum gefunden und ich freue mich gerade, dass da in der Mitte, das sieht so aus, als könnte da jemand eingeschlossen sein. Oder als ob es zumindest dafür gedacht ist. Ich hoffe ja das nicht, vielleicht ist es ja nur ein Wäschetrockner. So. Da haben wir gerade das Video gesehen, wo Paige vorbeige... äh, fließbandet wurde. Ich habe ein neues Wort erfunden. Gefließbanden. Okay, die Musik verheißt wohl, dass ich wieder schleichen sollte. Da komme ich wohl nicht vorbei. Ist da was? Nö. Ich werde nicht schleichen, ich bin mutig. Habe ich diesen Schlüssel? Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Okay. Elegant. Da ist ein Knopf. Ach, ist das fies. Ich werde mich kurz hier umsehen, aber ich glaube, das gibt sonst gar nichts. Komm schon. Oh Mann, das war fies. Ne, das geht sich nicht aus. Jetzt schnell. So. Perfekt. Und weiter. Oh, hi. Huh. Was? Oh oh. Komm schon, zack. Falscher Alarm. Falscher. Genau. Brav. Ich beherrsche ihre Gedanken. Oh nein. Ratten. Ich hasse Ratten. Schnell. So. Ähm. Wo sieht dein blaues Licht? Ich vermute mal, dass ja. Was? Oh nein. Nein, hast du nicht. Du hast dich verschaut. Ich hau hier ab. Und tschüss. Praktisch. Genau. Schön gesagt, Junge. Okay, weh. Der dreht sich jetzt um. Okay. Oh nein. Oh, verdammt. Da drüben ist was. Nein, ist es nicht. Ich gehe. Nein, du gehst nicht. Sag falscher Alarm. Komm schon. Falscher Alarm. Falscher Alarm. Komm schon. Hör auf. Nein. Genau. Nicht. Ja. Gut. Kann ich jetzt eigentlich? Hey, hey. Alles klar? Ich hab da was gesehen. Ich gehe. Oh, verdammt. Aber die sind ja auch blöd. Die sind saudoof. Nicht. Wann seid ihr doof? Ah, man hat Probleme. Okay. Dann eben so. Ihr Idioten. Hahaha. 0,1, 35 und eine Tür. Ich geh mal zu 0,1. Ach so. Mann. Ja, die tanzen hier rum. Das passt zu. Das in der Mitte? Kann ich das benutzen? Ich glaube nicht. Okay. Oh, oh. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, nein. Ähm. Ich hab hier ab. Aua. Ciao. Echt? Hat der sich beruhigt? Die sind aber echt doof. Zone gesäubert. Ja, genau. Gesäubert. Da ist überall Staub. Drehst du dich auch um oder bleibst du jetzt so stehen? Ich glaube, der dreht sich nicht um. Mist. Moment. Kann ich von hier aus? Hey. Hey. Alles klar? Ich gehe. Halte die Augen offen. Oh, man. Partner hat Probleme. Oh, er repariert ihn, oder? Oh, verdammt. Nein. Ich bin gerade voll doof. Ich muss hier weg. Oh, nein. Jetzt dreht er sich um. Was echt? Das ist so bescheuert. Ich bleib jetzt hier stehen. Herr, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Ich fress mal was. Mh, köstlich. Sind das eigentlich die Perlen oder die Bären? Oder Pillen, genau. Schuze gesäubern. Die hier hergestellt werden. So. Ich hoffe, er schaut jetzt nicht direkt in meine Richtung. Okay. Aber er dreht sich anscheinend schon um. Irgendwann mal. Ich hoffe nicht. Jetzt. Ich habe da was gesehen. Nein, hast du nicht. Verdammt, hast du nicht. Dreh dich um. Oder tut das jetzt wieder nicht? Hm. Anscheinend nicht. Ich muss das anders machen. Aber wie? Ach, da drüben ist ja auch einer. So. Ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich bei dem einen vorbeikomme. So. Und jetzt? Ähm. Moment, kann ich da hoch? Ah. Okay. Loslassen. Und tschüss. Ciao, ihr luschen. Das war jetzt gar nicht so einfach. Uah. Nein, warte mal. Kann ich das unten durch? Okay. Speichern. Ja. Speichern. Okay. So. Muss ich da jetzt drüber? Oder? Oder muss ich dorthin? Ähm. Was war das für ein Geräusch? Komme ich da dann vorbei, wenn ich auf der Kiste bin? Ich glaube nicht. Nee. Okay. Ich glaube, ich muss da rüber. Nun gut. Warte mal. Da unten. Da unten ist was im Wasser. Kann ich das fotografieren? Ich habe gerade was gesehen. Da. Die Pneustus oder so ähnlich Trillian. Neatus. Okay. Ein lebender Diebneu. Unfassbar. Ach, die ersten Diebneu. Sag das doch gleich. Nicht so komplizierte Namen. Verdammt. Okay. Dieser Film ist voll. Ja, Perle. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Danke. Für das illegale Zahlungsmittel. Und ich werde den Film neu laden. Das ist nett von dir. Okay. Oh, hi. Was bist du? Hässlich auf jeden Fall. Ähm. Moment. Können wir es da automatisch wieder hin? Nee, ich glaube nicht. So. Okay. Na ja, Ratten. Euch lasse ich mal leben. Vorerst. Oh, hi. Kann ich da nicht. Wir fuhren nicht, kann ich da nicht. So. Ha. Haha. Verschwinde. Geh weg. Du stinkst. Weg hier. Hi, ihr hässlichen Teile. Okay. Das schaffe ich. Das geht ja leicht. Tada. Das ist voll. Easy. Hi. Bist du da vorn? Da oben ist der Wüse, oder was das ist. Haben Sie die Alphas gesehen? Ihre Gesichter? Sie sind keine Menschen mehr. Sie werden von den Doms kontrolliert. Wir müssen die Bevölkerung darüber informieren. Schnell. Schicken Sie ein Foto an Iris. Ich suche weiter nach einem Weg hinein. Okay. Das heißt, das war mal ein Mensch. So sehen die unter dem Helm aus. Ist ja eklig. An Iris schicken. Okay. Hast du was zu sagen? Hast du einen Kurs in Infla... In Infil... Oh Gott. In Infiltration besucht. So. Fragezeichen. Lektion 17. Wenn eine Wache allein ist, lenken Sie sie mit einem Geräusch ab. Steht was Hilfreiches im Carlson Peters? Lektion 18. Lernen Sie Purzelbäume, um schnell in ein Versteck zu springen. Okay. Beenden. Wir finden uns sicher früher oder später wieder. Ja, hoffentlich. Ich liebe dich. Ciao. Oh. Ich trottel. Falscher Alarm. Okay. Ähm. Verdammt. Oh oh. Wie soll ich das hinbekommen hier? Kann ich da... Das geht ja gar nicht. Jetzt könnte ich hier... Oh. Wenn ich hier stehen bleibe... Sehen die mich oder sind das Idioten? Ich meine, die Frage klärt sich von selbst, aber... Vielleicht ist einer von beiden sowas wie klug. Hahaha. Der war gut. Wenn ich jetzt hier... Bah. Alles klar? Okay. Sie sind Idioten. Hat sich damit aufgeklärt. Kann ich da hoch? Nee. Damit kann ich auch nichts machen. Ich habe hier ab. Kann ich hier was tun? Ist die Kiste umsonst da oder hat die einen Sinn? Kann ich die schieben? Nee. Okay. Okay. Ich schleiche wieder. Hi. Okay. Er dreht seine Runden. Ach so, ja klar. Der kann ja durch den Laser durch. Weil der... So gut ist. Tschau. Und tschüss. Okay, okay. Die Musik sagt mir, ich muss schleichen. Dann schleiche ich eben. Sieht er mich? Ich hoffe nicht. Das sind ja zwei. Oh, ist das fies. Eigentlich ist das Ding hier durchsichtig, aber egal. Da komme ich nicht rein, weil ich den Schlüssel nicht habe. Das ist voll fies. Was? Oh, verdammt. Was gemein ist, dass die Kamera hier manchmal echt ein bisschen rumzickt und es ist gar nicht so einfach hier. Oh, verdammt. Das war ein Fehler, glaube ich. Oder? Kann ich da hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich verstecke mich mal hier und hoffe das Beste. Okay. Kann ich das öffnen? Ah, okay. Da ist einfach so ein Schlüssel drin. Warum auch nicht? Bueno, ich behalte das für dich. Danke. Ich habe deinen Namen vergessen. Spanier. Dreh dich jetzt ja nicht um, okay? Alles klar. Ich drücke. Und ciao. Das war voll gut. Jade, ich bin so stolz auf dich. Sortierung. Ist hier Page vielleicht irgendwo? Ach, da bin ich jetzt. Da war ich ja schon. Jetzt kriegen wir die Tür auf. Okay. Wo komme ich da hin? Schon wieder dieses Röntgen-Teil, das ich nie lesen kann. Röntgen-Fair-Irgendwas. Ich hoffe, du hast jetzt nichts Doofes vor da vorne. Das merkt er nicht. Das ist gut. Ist da noch einer? Nö. Was? Da oben? Das Röntgenbild. Kann ich das fotografieren? Ach, Bericht, okay. Schicken. Bericht veröffentlichen. Okay, mache ich mal. Hoffentlich. Ah, da ist eine Tür. Deswegen. Ich schaue mich doch kurz etwas hier um. Moment. Ähm. Komme ich da wieder irgendwo hin? Da bin ich ja wieder im Schrank. Hä? Bin ich jetzt den ganzen Weg zurück? Nun gut, dann bin ich eben den ganzen Weg zurück. Kouverneurin, Hilfe! Bitte. Oberes Stockwerk. Okay, ich sehe, wo Sie sind. Wir starten das Decoder-Programm. Alles klar. Beeilig. Ich glaube, wir haben es. Versuchen Sie... W4-B4. Alles klar. W4-B4 bestätigen. Ja, korrekter Code. Danke, Kouverneurin. Du bist eine große Hilfe. Gibt es hier Tiere? Moment. Ich habe ein Tier da oben verpasst. Ach, was soll's. Vielleicht ein anderes Mal. Verlade-Dog. Okay. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Moment, kann ich da hoch? Nee. Okay. Paige, bist du da unten? Ich glaube nicht. Kann ich da ein Foto machen? Holzkiste plus Aluminium. Okay. Paige, bist du da irgendwo? Ähm, was mache ich da? So. Aber, wo muss ich jetzt hin? Da komme ich nicht durch. Darunter wahrscheinlich auch nicht. Okay. Hm. Ähm. Was ist hier meine Aufgabe? Da. Was? Achso. Okay. Ha. Was? Was? Oh, hi. Paige, oder? Ja, klar. Sieht er mich? Oh, hi. Oh, hi. Ähm. Hi. Okay. Hat er ihn umgebracht? Tagchen. Oh nein, war da Paige drin? Ziel. Das Schlachthaus. Oh, oh. Oh. Okay. Oh, see don't ein Bosskampaus. Okay, hi, um, okay, back, back, back. Wow, ha, ich muss sicher den Kern in der Mitte treffen, oh, aber das ist nicht so einfach. Kann ich auf die Beine losgehen? Ah, warte mal, ich, was, was, oh, hi, zu zweit sollte es funktionieren. Mein bester Freund, was sonst? Okay, ich glaube, ja, ja, super Aktion. Ah, okay, aua, verdammt, und jetzt? Ja, klar, ha, alles klar. Ja? Oh, man, nochmal. Oh, verdammt. Und, okay. Ich krieg den Tod. Okay. War's das? Das war easy. Und eine Perle. Und tschüss. Paige. Sie haben Paige. Ohne sie wäre ich es gewesen, der eine Freifahrt in einem ihrer Luxusserge gewonnen hätte. Und zwar ohne Rückfahrkarte. Ich finde dich, Paige, egal wie. Halte durch. Das werden wir. Auf jeden Fall. Versuchter Terroranschlag in der städtischen Nutri-Pillen-Fabrik durch Terroristen vom Iris-Netzwerk. Ja, klar. Dank der Alpha-Abteilung konnte die Produktionslinie gerettet werden. Einige der Terroristen wurden gefangen genommen. Halt die Klappe. Alles Lügen. Alles Propaganda. Okay, ich hol mir mal die Perle. Meins? Danke. Wir haben 14 Stück. Da kommen wir raus, Miss Jade. Die Schlachthäuser werden vom Militär blockiert, oder? Bestätigt. Aber ich glaube, es gibt einen Zugang von der Hoovercraft-Reinstrecke in der Nähe der Schlachthäuser. Die Strecke führt direkt unter der Mauer her, die die Schlachthäuser umgibt. Aha. Danke für den Hinweis. Woher weißt du das? Ah. Danke. Mehr Herzen. Ich freue mich. Ein Schalter und speichern. Ja, Freunde. Wir haben jetzt leider Paige verloren. Also nicht verloren, aber er ist jetzt woanders. Er ist unterwegs zu den Schlachthäusern. Und das klingt echt nicht gut. Wenn man bedenkt, dass es ein Schwein ist. Aber wir werden alles Menschenmögliche tun, um ihn zu retten. In der nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Halo mit mir. Kaolin